Hi, ich bin Jana und ich studiere hier an der Leuphana in Lüneburg Grundschullehramt mit den Fächern Mathe und Sachunterricht. Und ich hatte letzte Woche meine Startwoche mit dem Oberthema Digital Futures. Und ich finde, man hört immer so viel über die Startwoche, aber man kann sich da nie so wirklich was darunter vorstellen. Und damit ihr einen besseren Eindruck davon bekommt, erzähle ich euch mal, wie meine Startwoche so abgelaufen ist. Die Startwoche hier in Lüneburg ist mit allen Erstemössern zusammen und findet auf Englisch statt. Und ich habe mir vorher schon so ein bisschen Gedanken gemacht, ob ich alles verstehe. Aber in den meisten Fällen war das Englisch echt gut zu verstehen. Und wenn man doch was nicht verstanden hat, konnte man gut auf Präsentationen mitlesen. Und so die allerwichtigsten Fragen wurden dann auch auf Deutsch geklärt. Ich habe morgens immer um neun der Uni angefangen. Das ging dann so bis 16, 17 Uhr. Das klingt super, super lange, aber die Zeit ging richtig, richtig schnell vorbei. Vor allem, weil es auch eine lange Mittagspause gab. Und die war ich dann häufig in der Mensa mit Freunden oder habe auch zu Hause was gegessen. Wir haben morgens immer im Auditorium, das ist der große Hörsaal, im neuen Zentralgebäude angefangen. Und haben da zum Beispiel weitere Informationen zu unserem Studiengang gekriegt. Ich zum Beispiel habe meine Fächer, also Mathe- und Sachunterricht kennengelernt und auch schon ein paar Dozenten kennengelernt. Das war super schön, weil man dann mal Gesichter vor Augen hatte. Oder wir haben Debatten oder Beiträge oder Vorträge gehört zu dem Oberthema Digital Futures, was wir dann in den Projektthemen umletzen konnten. Man konnte die Projektgruppen wählen und ich hatte die Projektgruppe Digital Media and Education. Und das war natürlich super praktisch, weil da echt viele Lehramtsstudenten mit drin waren und ich die in meinen Veranstaltungen jetzt auch noch sehe, was ich schön finde. Wir sollten eine Zukunftsvision entwickeln und sollten die dann in einem 90 Sekunden langen Video darstellen und in einem Kommentar kritisch hinterfragen. Und wir haben das dann so gemacht, dass wir zusammen mit unserer Tutorin, die lustigerweise auch lernt und studiert, einfach Ideen gesammelt haben. Wir haben ein bisschen diskutiert, wir haben Mindmaps gemacht und haben dann irgendwann unsere Vision zusammen entwickelt und das Video gemacht und den Kommentar geschrieben. Und wir hatten aber während der Projektarbeit auch noch Zeit, uns den Campus anzugucken und zum Beispiel die Bibliothek nochmal genauer anzugucken und haben da auch eine Führung mitgemacht, was ich super praktisch fand. Es war also immer wirklich viel los und ich hatte manchmal so ein bisschen bedenkt, ob ich irgendwas verpasse oder einen Raum nicht finde oder zu spät bin. Und da war es richtig, richtig praktisch, dass auf der Internetseite von der Lefana das gesamte Programm für die Startwoche stand. Und es gab außerdem noch einen Instagram-Startwochen-Account. Das war auch super, weil man da sowas wie Raumänderung oder so ganz schnell gefunden hat. Und ansonsten konnte man auch immer die Leute vom Orga-Team oder Mentoren oder Tutoren fragen und die hat man erkannt, weil die so einen coolen Leuphana-Pulli anhatten. Und die konnte man wirklich immer ansprechen und alles fragen. Die haben einem immer geholfen. Es liefen wirklich viele Leute auf dem Campus rum und ich hatte so das Bedenken, ich kenne niemanden. Also ich kannte meine Mitbewohnerin, aber das war die einzige, die ich kannte. Und habe mich gefragt, wie schnell man so neue Leute kennenlernt. Aber das ging wirklich, wirklich schnell. Vor allem durch meine Projektgruppe habe ich halt schon viele Leute kennengelernt. Und wir haben auch abends viel auf der Mensawiese gesessen oder Spiele gespielt. Und da waren halt auch andere Projektgruppen mit dabei. Und da hat man echt schnell Leute kennengelernt. Und dann, wenn wir abends auf der Mensawiese waren, waren wir häufig danach noch in der Stadt oder zum Beispiel auch auf einem Konzert, was vom Startwochenprogramm war. Und da waren so viele Leute, dass man immer neue Gesichter gesehen hat. Und einfach mit jedem ins Gespräch gekommen ist. Das war total nett. Ich hatte aber zum Beispiel einen Abend auch einfach das Bedürfnis, mit meiner WG was zu machen. Und da war es super, dass das Abendprogramm echt flexibel war. Und ich dann halt einen netten WG-Abend gemacht habe, was auch richtig, richtig schön war. Ich fand die Startwoche an sich super gut, um in das Uni-Leben reinzukommen, sich auf dem Campus so ein bisschen umzugucken und einfach die Abläufe und neue Leute kennenzulernen. Und ich glaube, dass mir dadurch der Einstieg ins Studium deutlich leichter fällt. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr so eine Startwoche bei euch an der Uni habt, macht einfach mit, seht schon mal, wie das alles so abläuft. Und dann wird das auch gar kein Thema sein, gut in die Uni zu starten. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck für meine Startwoche bekommen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.